Hallo und Servus, sagt Motorbiking Austria. Grüß euch, heute wieder auf Tour. Heute werden wir versuchen, das erste Mal ins Ausland zu fahren. Die Nancy und ich sind unterwegs hier im nördlichen Müllviertel. Und jetzt haben wir einen kleinen Rast gemacht bei der Wallfahrtskirche Neu Maria Schnee. Dies ist in der Nähe des Ortes Leopoldschlag, nur mehr wenige Kilometer von der Grenze entfernt zwischen Oberösterreich und Tschechien. Und wir werden dann den Grenzübergang passieren und weiterfahren, weil unser Tagesziel lautet heute die wunderschöne südböhmische Stadt Krumau. Und ja, es ist ein bisschen ein Verkehr, es ist leicht bewölkt, angenehm zu fahren. Man merkt, dass der Frühling überall einzieht, selbst hier im nördlichen Müllviertel. Also besser könnte man sich so einen Tag gar nicht vorstellen. Und ich hoffe, dass das so bleibt und ich melde mich dann wieder, wenn ich in Krumau angekommen bin. Tschüss! Musik 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 Ja, hallo und servus, sagt Motorbiking Austria. Heute aus dem wunderschönen Gromau in Südböhmen. Czeski Grumloff. Ich habe jetzt einen kleinen Rundgang gemacht. Ich bin heute mit der Nancy das erste Mal ins Ausland gefahren. Das Wetter ist super. Die Stadt hat viele alte Häuser, schöne Gebäude, sehr gepflegt. Es sind viele Touristen unterwegs. Es war ein super schöner Tag für mich. Und jetzt freue ich mich wieder aufs Motorradfahren, weil jetzt wird man schon langsam fahren. Alles Gute, Tschüss, Papa und Servus, sagt Motorbike in Austria. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020